So es geht weiter ich weiß gar nicht wie oft dieser Pisser da unten jetzt Payday schon gestartet hat. Das geht mir schon mega auf den Sack. Uh Munition. Pistolen Munition. Gehts hier? Nö. Dann gehts nur hier Exit. Das würde ich vielleicht nicht machen sollen. Komm ich geh einfach zu Möll. Ähm. Check this out. So ich soll ihn angekippen. Oh. Ups. Ich muss die Teile mal anstellen. Adapten und überkommen, little D. Lass die Kirche mit so vielen Bundeln, wie wir finden. Du gehst so viele Walkers, wie du kannst. Und dann geht's die Dino-Mite. Kann ich jetzt mitnehmen oder was? Suchen sie ihn in Gessen. Ich will nach Feuerwerkskörpern. Soll schon zu bleiben. Klappe jetzt. Da sind Feuerwerkskörper. Fünf Pakete. Und ich hab natürlich keinen Kompass. Weil die ja überall sein könnten. Hm? Wenn die sie richtig machen, sind das One-Hits. Wenn die sie richtig machen, sind das One-Hits. Probably nicht, die würde ich mir lieber hin ca. Ich bin aber irgendwie nicht. Ker, ich bin nämlich nervös. Was ist denn die Valle der sich? Oh ne, ich bin wieder. Ach, so. Diese Actionmusik, ne? Warum fragt er mich das? Ja, ich weiß. Ich habe dich hier nicht auf deinen Bruder verlassen. Oh. Hi there. Wenn ich mal was wissen. Schwer. Angriffsgeschwindigkeit niedrig. Hm. Machen die wohl unten. Da was drin? Nein. Ich meine, Angriffsgeschwindigkeit niedrig. Ich würde das Eisenrohr schon gerne mitnehmen. Aber da müsste ich etwas fallen lassen. Eine Glasflasche. Ja, komm. Lass mir die Glasflasche fallen und nehmen das Eisenrohr mit. Ja. Super. Da sind ganz viele Zombies. Ich meine, ich habe das Gewehr jetzt dabei. Theoretisch könnte ich hier auch alle mit der Pistole holen. Ach, scheiße. Du kannst gar nichts holen mit der Pistole. Quatsch nicht. Quatsch nicht, Philipp. Quatsch nicht. Das wäre kompletter Schwachsinn. Ach. Boah. Oh. 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 Die sind wohl tot Das könnte interessant werden Was eine ironie ne zombies auf einem friedhof Untertitelung des ZDF, 2020